Hallo und herzlich Willkommen zu einem Event von früher hier auf Hamarama Crew, diesmal mit dem Brasilien Event, das war das allererste Länderevent, was, ähm, finde ich, das geilste Event auf Hamarama war, finde ich. Das sieht natürlich jeder anders da, dieses Event kennt auch nicht jeder und, ja, uns macht dieses Event von früher wieder richtig Bock, deswegen kommt jetzt schon wieder eins, ähm, es kam ja erst das von Griechenland und, ja, jetzt von mir hier das Brasilien Event, aber es werden noch mehrere Folgen, Bulgarien, Ungarn, Frankreich hatten wir ja schon, Deutschland, wir haben irgendwie Bock, die Länder so durchzugehen und, ja, ich würde sagen, dann starten wir doch direkt, ja, so sah der Eventplatz aus, auf jeden Fall richtig geil, ähm, da gab es ja noch nicht die neue Stadt, das war ja noch die alte Und ich finde diesen botanischen Garten, der ist einfach so geil und ich bin auch so froh, dass es den botanischen Garten auch als Item gab, ich zeige euch das noch, das kommt noch im Laufe der Zeit Und, ja, ja, bei dem Event gab es auch, ah, nee, zum S4 beim Layout, haha, ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Hier musste man, also wir schauen uns diese Pflanzen gleich noch an, Bromelia abgeben, ähm, und wenn man halt komplett dieses, also, der füllt sich dann, dann muss man da, ich glaube, bestimmte Anzahl muss man angeben, bis es 100 ist, und dann kriegt man halt das da, und wenn man das hier komplett hat, muss man also, hier muss man Maniok abgeben, wir haben dann die kochenden Ochsen, und, ja, Je höher man hier ist, also wenn man jetzt bei 32, äh, EP da ist, und hier, und dann hier was abgibt, also Regenwürmer, dann bekommt man pro Einwurf eines Regenwurms, ähm, EP dazu Und, ja, man muss ja diese Regenwürmer einwerfen, und dann hat sich hier dieser Balken gefüllt, und wenn man eine voll hat, hat man halt Items bekommen Da gab es nicht nur Items, da gab es noch was anderes, aber das, ich finde es leider nicht mehr, was es da genau gab, ähm, deswegen habe ich jetzt nur die Items, und, ja Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns hier mal die zwei Eventpflanzen an, die sind immer noch im Spiel, einmal Maniok und Bromelia Ja, ich finde, die sind richtig nice, sind jetzt nicht die schönsten, äh, Pflanzen auf Bahamarama, aber sind ganz cool Ja, und dann gab es ein Drop-Item, das war der Regenwurm, welches ich richtig geil fand, und ich finde auch, ähm, Dieser Aufbau von dem Event, so, bei diesem Layout, was wir jetzt gerade angeguckt haben, ähm, das finde ich, sind die besten Events, die es gibt, aber das ist jetzt auch schon wieder echt lange her, wo sowas gab, ich glaube, das letzte Mal, war es, glaube ich, das Griechenland-Event Ich bin mir auch nicht sicher, aber es ist halt echt schade, weil ich finde, solche Events machen richtig Spaß, wo man an der Seite da freischalten muss, ähm, und dann kann man unten noch was freischalten, finde ich auf jeden Fall richtig geil Ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die Items an Hier sehen wir den Botanischen Garten, bringt alle 14 Stunden 300 EP Das, finde ich, ist auch einer der geilsten Items auf Bahamarama Ich finde es einfach geil, keine Ahnung warum Ich bin ja auch schon so ein Brasilien-Fan, aber es liegt nicht an Brasilien, das ist einfach dieses Design von diesem Item, das gefällt mir Ja Und dann gab es noch ein Item, gab noch mehrere Items, hier der kochende Ochse Ähm, die kochenden Ochsen, sorry Bringt alle 14 Stunden 400 Moospenny, ja Ein Item, wo Moospenny bringt, gab es auch schon lange nicht mehr Ich finde es echt, ich finde es einfach schade, dass es sowas nicht mehr gibt Ähm, aber, naja, da kann ich jetzt nichts ändern Und dann hier, der Copacabana-Strand bringt alle 16 Stunden 140 EP Ich finde, das ist das schlechteste Item von allen Ich finde es aber nicht kack, ich finde es cool, aber es ist halt nicht jetzt das Schönste Von allen Ich habe ja alle Items Ich habe immer alle gehabt, bis auf den Zuckerhut, den habe ich mir mal geholt Und das Sammarschaffen, das Sammarschaffen ist ja so selten Und ich habe es mir vorletzte, ich glaube, vorletzte Gift & Shade war es, habe ich es mir ertauscht Schwer Ist echt schwer Ich bin auf jeden Fall froh Ähm, ich werde es niemals hergeben Ich bin sehr glücklich, dass ich, äh, alle Items von habe Ja, dann sehen wir hier die brasilianischen Farben Das ist auch ein Moospenny-Item Das bringt alle 12 Stunden 300 Moospenny Habe ich auch, finde ich richtig, richtig nice Ich finde diese Blumenbeete überhaupt richtig geil Das von Tschechien, das finde ich so Hammer Das schaut richtig geil aus Ja, und dann sind wir schon beim fast letzten Item Das ist das Amazonaschaffen, ich finde, das finde ich auch so richtig geil Das bringt alle 15 Stunden 250 EP Ich finde es einfach so cool mit diesem Schaf da Mit diesen Federn auf dem Kopf und dem Fluss Und dann mit dem Bäumchen da mit einem Papagei Das ist auch einer meiner Lieblings-Items Und ich bin auch so ein Dschungelfan Und ja, ich finde es einfach geil Ich bin froh, dass es so ein Item gibt Ja, und dann hier der Zuckerhut Das ist auch ein relativ seltenes Item Es bringt alle 12 Stunden 380 EP Aber das ist noch lange nicht so selten wie Das haben wir scharf Das wir jetzt gleich sehen werden Ich finde es auch, es ist auch ein cooles Item Passt perfekt in Auf die Schatzinsel Ich finde es passt irgendwie perfekt dazu Ich habe es da auch stehen, aber Ich habe es glaube ich schon mal im Video gesagt Ich lege keinen Wert mehr auf Schönheit bei der Form Das geht einfach nicht mehr So in meinem Level Ich habe einfach so viele Items Und ich will ja aufsteigen Deswegen tue ich Ich habe noch immer noch Items in meiner In meinem Inventar Aber ich kann die nicht alle raus Weil man die nicht alle auf der Schatzinsel rausstellen kann Mein Zielgarten ist überfüllt Ich habe keine Wolken rein mehr Ich will ja aufsteigen Deswegen mülle ich alles zu Und Ja Vielleicht irgendwann mal Werde ich wieder Meine Farm Schön schmücken Aber Jetzt will ich erstmal So weit wie möglich kommen Mit Aufsteigen So Zum Beispiel Wenn ich jetzt im 90. Level sage Sag ich Nee Das dauert eh 10 Jahre Dann Ja Dann würde ich sagen Schauen wir uns das letzte Item an Das ist hammer scharf Was ich richtig nice finde Bringt alle 15 Stunden 400 EP Ich finde es witzig Mit dem Palmen Und Dem Sandboden Und Ja Es ist nice Ja Dann würde ich sagen War es das hier Mit diesem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Und Schreibt doch mal in die Kommentare Welches Event Länder Event Ihr als Oder Länderevent Oder Event Ihr als nächstes Von uns Sehen möchtet Ja Dann würde ich sagen Was mit dem Video Und